Ich kann, oh schönes Morgen, dich und lass den Himmel tragen, du wirst... Herr Kuhlbrot, ich bin irritiert, dass Sie Herrn Kuhlbrot in den Zeugenstand rufen. Dietrich Kuhlbrot ist nur das Medium, könnte auch jeder andere sein. Aber da wir uns ja schließlich in einem Porträt von Dietrich Kuhlbrot befinden, ist doch nichts logischer als, dass Dietrich Kuhlbrot das Medium ist. Ich finde, das kann man alles sehr wohl nebenher machen. Das ist kein Entweder-Oder und zwar deswegen, weil eben beide Möglichkeiten in mir drinstecken und ich dann davon auch gerne Gebrauch mache. Der NDR ist der Auffassung, dass sich Regie führen kann. Und was der NDR sagt, das will ich auch gerne beweisen mit diesem Film. Also ich weiß nicht, ob wir das hier vernünftig zu Ende kriegen oder ob wir nicht einfach mit dem NDR noch mal telefonieren und sagen, hey, das war ein schönes Experiment, aber das läuft nicht. Ja, also ist gut. Ich habe jetzt Schwierigkeitsgrad normal. Sämtliche Szenen am Doris J. Heinze Point sind gestrichen. Ich schätze mal, dass der neue Chef vom NDR das rückgängig gemacht hat, weil er clever ist. Ja, ich weiß nicht, was ist denn jetzt hier für ein Level? Bin ich ich oder bin ich hier eben so ein zu therapierendes Ding oder wie oder was? Das möchte ich gerne mal wissen. Hallo, hier, du hast die Kamera, ja? Wer bin ich? Dahinter sieht man zwei Metallteile oben und an denen ist ein Mensch aufgebaut, der hängt. Der hängt und pendelt, wie in diesen alten Pendelwanduhren. Das Pendeln im Takt. Tag, 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 Tag Untertitelung des ZDF, 2020